Das kuratorische Konzept ist eine Mischung aus der Ausstellung von Objekten, die die Erfahrung von Räumen vermitteln, bis hin zu einem Parcours von Arbeiten, die immer wieder unterschiedliche Zeiterfahrungen beinhalten. Für uns gehört eben zu dem Thema Immersion auch eine Konstruktion von Ausstellungen, die über das Objekt hinaus in Beziehungen hineinführt. Beziehungen, wie sie eher performative Künste, Aufführungen anbieten, aber auch Workshops, alles wo Menschen aus dem üblichen Gegenübertreten herausgelöst werden und einbezogen werden. Crafting situations where people enter into immersion through an awareness, a heightened awareness of their bodily situatedness is what connects the workshop's area to the rest of the exhibition. Tea artist Dampi Kim hosts daily tea ceremonies in different kinds of workshops that relate to Eastern philosophy. This space was always imagined as a place of transition to try to create forms of aesthetic engagement that go beyond the visual sense and actually open up all the senses. Bestes Beispiel ist die Geruchsorgel, die die Entstehungsgeschichte der Erde als eine Geruchskomposition vermittelt. Es beginnt mit den Gerüchen urzeitlicher Meere bis zu Früchten, Tieren, dann haben wir menschliche Gerüche und am Ende sind wir wieder in einer post-anthropozänischen Natur. Die Erfahrungen, die die Besucher machen, gehen in viele Richtungen und sind sehr interessant. Das ist im Grunde das Hauptanliegen dieser Ausstellung, die Ausstellung als einen Ort selber zu verzeitlichen und Übergänge zu schaffen, die etwas kreieren, das eigentlich in jedem Moment des Stadtfindens anders ist. Ich glaube, das kann man spüren als Besucher. Ich glaube, das kann man spüren als Besucher.